wir gucken einfach mal wie wir damit klar kommt wir schauen mal also eigentlich so wie es gerade auch gewesen ist triffst du auch mal okay dann wo sich jetzt sind hallo ok so nach der aufgabe mache ich auch erst mal hier ein feierabend mit der aufnahme denke mal dass das zwei oder drei vollen werden und den rest nehme ich dann an einem anderen tag auf ob das ist ganz okay so keine angst habe ich mich jetzt erschrocken danke nicht der hoch ab kann ich hier oben bleiben ist das eine geile aussicht ist voll schön hier hallo tatsächlich muss ich aber dahin ja okay ja tschüss ach ja schön soweit fliegen zu können so kann man denn jetzt hier hoch ich versuche es ja immer wieder irgendwie abkürzung zu nehmen hat geklappt dahin muss ich ja gut wie gesagt da machen wir die aufgabe dann mache ich hier nach ein katz und ich will ich will dich und den rest nehme ich dann in zwei tagen auf da müssen wir hin noch mal das wird eine 1 a punkt landung hallo okay peinemann was ach so ich glaube das ist ein so weisensstarken tatkräftigen abenteurer wie dich interessieren würde und nun um was geht es denn erinnerst du dich an die arena des verschlossenen ach so das geht jetzt gerade alles automatisch ich glaube dass sich jeder schon einmal gewünscht hat der stärkste in thema zu sein oder bildschule bilden da wohl keine ausnahme die data oberschlucht ist heilig für die hildschule und aus allen teilen des kontinents versammeln sich starke kämpfer an diesem ort das würde ich nicht so sagen was ich damit sagen will ist du hast 1 die arena des fleischwester stammes gewonnen warum versuchst du nicht auch das turnier zu gewinnen ja natürlich je schneller du das turnier gewinnst desto schneller kann ich wieder an die arbeit gehen dabei gewinnt also jeder ich werde darüber nachdenken ich werde meinerseits alles tun um dich zu unterstützen hat astra avisos ok ja kann man ja mal machen ich bin ja schon da trotzdem auf teleportieren geklickt so ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist was ich hier gerade mache ach du meine güter und das ist noch einfach bedingungen zum bestehen wie sie genau von 300 sekunden 15 gegner besiege zwei mit feuerachst während er dürfen deine figuren nicht mehr zweimal besiegt werden ach du schein kleister okay sie geht zwar mit feuerachst hallo hallo okay dann immer mal die das wenig meine hallo die wollte ich hallo aber wir gehen mal wieder hier rein hallo kann ich bitte hier raus danke ja wir gehen mal wieder rein ja 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 sag mal halt halt alter falter steviest und schön da komm hier der sagte mal ein bisschen näher das ist das gefällt mir ist das eine riesenteil ich glaube hier kommen wir schon ganz gut klar mit der noel ich glaube ich denn okay wartet mal eben hallo kann ich hierhin hierhin ja so ein bisschen das haben wir geschafft ja sehr schön nächste stufe mal versuchen einsammeln ok schwierigkeit wählen und auf geht's hallo sag mal kann ich mir hier durch bitte okay oh ich bin gleich tot du sollst daraus ich muss mich ein bisschen konzentrieren leute macht auf jeden fall bock scheiße oh Oh! Nein! Ah ah! Ja, sehr cool. Jetzt weg. Na, der geht das hier aber nicht, Leute. Sorry, wenn ihr zu grad nicht so viel redet. Aber, ich muss mich hier echt tierisch konzentrieren. Äh, sag mal. Au, 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 au. Hallo, kann ich bitte da raus, danke. Na, komm her. So, wollen wir mal wieder? Okay, jetzt haben wir zwei mit Feuer ab. Ich muss da drauf achten. Hallo. Scheiße. Ah, 180 Sekunden. Okay, gut. Aber, aber wir haben es versucht. Sehr schön. Werde ich definitiv, ähm, eventuell nochmal im Offen Angriff nehmen. Adventure Time. Adventure Time. Ja, ja. Ist auch so ein Adventure Time. So, muss ich jetzt nochmal irgendwo zurück? Irgendwie nicht so, ne? Nö. Gut, aber das werde ich mir definitiv merken. Das mache ich, wie gesagt, nochmal im Offen. Habe ich da noch ein bisschen mehr Ruhe, sag ich mal. Und bin da nicht so in, äh, ich stehe da nicht so unter Druck. Wenn wir dann alle zugucken. Ähm, ja. Oh, Fleisch ist immer gut. So. Ähm, ja, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Cut. Wie gesagt, ähm, ich werde mich hier nochmal so ein bisschen durchschlagen. Ähm, tschö. Ähm, wieder ein bisschen heilen. Und, ähm, ich glaube, mit der Truppe könnte das hinhauen. Ich variiere das aber dann im Offen noch so ein bisschen. Ähm, alle anderen Aufgaben. Wie gesagt, die Dailies haben wir jetzt heute nicht geschafft. Da kamen aber noch andere, ähm, Sachen dazu. Hier komme ich halt einfach noch nicht hin. Das, das schaffe ich nicht. Ähm, da sterbe ich. Also, das, leider. Ich würde gerne, aber, mhm. Ja, den Rest machen wir dann in der nächsten Aufgabe. Dann machen wir auch Dailies. Und, ja, dann gucken wir halt einfach mal, wie wir so vorwärts kommen. Deswegen würde ich jetzt hier einen Cut machen. Ja, bitte. Hast du noch was zu sagen, Bennet? Okay. Kann ich jetzt? Danke. Ich sag, wir sehen uns in der nächsten Folge von Genshin Impact. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.